Eure Gegenwehr ist vergebens! Alte Männer! Eure Gegenwehr ist vergebens! Lasst uns kämpfen! Die Linien dürfen nicht brechen! Nor ist mit uns! Endlich! Silbern glitzert der Tod! Gibt es hier irgendeinen starken Oger zufällig, auf den ich Acht geben muss? Nein, das sind alles Bein- und Keulen-Oger. Gut. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich als nächstes Hexenmeister ausbilden. Soweit ich dann die Ressourcen dazu habe. Ach, wobei, ihr müsst ja noch was bauen für mich. Was verlangt ihr? Und zwar... Eine Mondsilber-Werkstatt bräuchten wir noch. So. Gut. Dann kann ich von jeder Pilzfarm und vom Steinbruch halt einen Arbeiter abziehen. Damit ich fünf für den Aria-Schrein hier habe. Wir sind der Tod! Gebt euren Befehl! Lassen wir sie nicht warten! Lassen wir sie nicht warten! Das war, glaube ich, dann alles, was wir bräuchten. Ja, der Aria-Vorrat hier sieht gut aus. Wir brauchen halt viel Aria, weil die stärksten Dunkle-Helfen-Einheiten halt Magier sind. Und ja, ich muss in der schwarzen Schule auch noch die Forschung machen, bevor ich überhaupt welche ausbilde. Ja! So, da kommt der nächste Angriff. Lasst uns kämpfen! Für die Ehre! Für die Macht Nors! Genau! Schießt auf Lena! Auf meinen Gesells! Ein ehrloser Hinterhalten! Die Linien dürfen nicht brechen! Oh, da hat er... Das finde ich jetzt praktisch. Dass er das Kettenhemd aus der vergessene Zeit droppt. Ja, hat weniger Rüstung, hat aber mehr Ausdauer. Und du kannst dann das Ding tragen. So. Dann wollen wir mal hier das Ogerlager einreißen. Ich bin unwirklich. Ich bin schon da. Wie kann ich dienen? Tag! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. laura wird uns reichen linien müssen halten da kommt auch schon wieder eine welle rohnenträger zu mir dann halten männer den beil oge und dann müssen wir gucken dass wir die da abfangen ihr aria ansonsten gibt es ja nichts außer aria ein feiger angreif sich gegen wer ist vergebens auch da oben kommt auch noch eine so wir haben genug aria um vergeltung zur fnur macht uns stärker meister wir haben von da kommt schon wieder eine ein angriff da steht ein typ der sich der maskierte nennt ok wir schlagen erstmal den angriff hier zurück ein feiger angriff haben wir den auger jetzt hier eigentlich gebildet ja haben wir gut meister das gebäude ist fertig halten wir uns erstmal vor den maskierten pferden gucken dass wir den feuerturm einreißen und das lager der auger da zerstören dass wir wenigstens vor denen mal ruhe haben dann halten männer da feuert er auf uns vorsicht gegen oder wird uns rächen ein feiger angriff silber blitzert der tod für die ehren und ehre wir sind der tod das ist ein hinterhalt das ist nicht gut ein feiger angriff linien müssen halten lasst uns kämpfen gebt euren befehl wir werden angegriffen ok jetzt den feuer wird uns rächen ausschalten vorsicht gegner lord der tod der tod ist so der anfang ist lassen wir sie nicht warten ok ein ehrloser hinterhalt für die macht nors ein feiger angriff für die ehre die macht nors für die macht nur so haut hier alles kurz zu klein woher um die lasst uns kämpfen und ehre gebt euren befehl lasst uns kämpfen okay das könnte furchtbar eklig werden sie töten nicht meister vorwärts krieger wir sind das macht ihr lassen wir sie nicht warten okay wir wollen sterben eure gegenwehr ist vergebens sie tun mir weh hier ist kein spawner mehr das heißt ich habe hier ruhe ich habe hier ein skelett allerdings ja mal kisten zauber und zauber okay also nichts besonderes lasst uns kämpfen eure gegenwehr ist vergebens für die ehren und ehre vorwärts krieger die linien dürfen nicht brechen ein feiger angriff für die ehre für die ehre lassen wir sie nicht warten wir sind der tod lasst uns kämpfen silbern glitzert der torwärts schweizkrieger lasst uns kämpfen okay wie viele hexenmeister habe ich bisher nur ist mit uns sechs von elf also kommen da noch fünf was sich geht weil ich nicht genug aria habe ja ich habe auch sehr viele farmer verloren gut aber ja jetzt sollten wir erst einmal etwas ruhe haben außer aus einmal kommen wieder aus dem nichts irgendwelche gegner an aber ja das lager hat keine spawner mehr sondern ich habe gar keine arbeit ab Wohnzimmer abbauen könnten.